Der Flug ins All führt zu einer eigentümlichen Umkehrung. Von der Erde aus ist es der Sternenhimmel, der uns mit Bewunderung und Ehrfurcht erfüllt. Für den Raumfahrer, der unter den Sternen seine Bahn zieht, ist es der Blick auf unseren blauen Planeten, der uns einen der faszinierendsten und bewegendsten Augenblicke schenkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, der Traum vom Fliegen ist so alt wie wir Menschen selbst. Irgendwann, vor langer Zeit, als die grundsätzlichen Bedürfnisse gestillt waren nach Nahrung und Wasser, einer schützenden Behausung, hatte irgendjemand, eine Frau, ein Mann, ein Kind, zum ersten Mal den Gedanken, wie es sein müsste unter den Sternen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020